Ui, hier geht's in den Keller. Aber keine Spezial-Munition! Ich will mein Propangas! Propan-Gas! Fenster, was? Immer zwei zusammenbleiben. Nein, keine Ahnung. Oh, bei mir, bei mir, bei mir! Ich lieg! Helft hoch, helft hoch, helft hoch, bitte, 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 bitte. Es gibt Deckung. Eben das Geschipp anders hinstellen. Oh! Oh, so hinter dir! Ich stelle dich in die Nähe des Geschützes. Was macht O'Neil da oben? Ihr lässt sich da total aus dem Unterflücken. Vielleicht müssen wir hoch? Ja, er kennt doch die alte goldene Regel. Ah, er kommt, er kommt, er kommt. Super NPCs gehen niemals tot. Wir müssen in den Fuhrpark. Der Fuhrpark ist hier. Sollten wir nicht die Geschütze, die er bei der Position hinstellen, wäre vielleicht eine clevere Idee. Wir kommen durch den Tunnel! Welchen Tunnel? Unten, unter uns. Hinter dir, hau ab! Zwei Stück! Helft mir! Helft mir! Ich hab dir doch schon geholfen, wie wir hier gebrochen sind! Da ist noch einer! Direkt über mir ist so'n Scheiß noch! Wow, Hawks-Ei hat's gewischt! Oh, der hat mich bald fressen wollen! Nun wieder rausrollen! Ich glaub, dass die langsame Unendlichkeit damit her ist. Ne, dann gehst du mit einer! Weiterschießen, Leute! Ne, wie gehst du rausgefallen? Egal, bleibt in der Nähe von... Oh, ich bin down! Bleib in der Nähe von... ...den Munition. Munitionspackungen, da. Oh, wustung! Bringen Sie Reed zum Dropship! Ist sie doch in der Zentrale! Ja, sie ist nicht hier! Bitte, Sir! Ich habe Reed und Higgs mit einem Transportpanzer weggeschickt! Was haben Sie?! Los, Alter, los, los, los! Oh, rechts! Hab ich das gehört! Ja, nicht nur du! Nicht nur du! Das gefällt mir überhaupt nicht! Lauf! Nödes Gefühl! Lauf! Die größten Toren! Die Gummi! Was ist das? Wuuuh! Wuhuhuhuhu! Das hier ist groß! Oh, oh, es hat's auf mich! Auf die Füße! Hilfe! Es hat's auf mich abgesehen! Zieht auf die Füße! Dann kommt deine! Dann kommt deine! Vorsicht! Das ist irgendwie so ein lückenartiges Ding oder so! Das ist genau wie das hier, was wir letztens mit der Maschine kaputt gemacht haben! Hilfe! Alter! Ah! 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 Spielst du wieder? Nein! 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 Böses Vieh! Na ja! Hilfe! Ich glaub wir müssen hier laufen! Ich glaub wir müssen hier laufen! Möchersinn! Gush! Gushy, schlieg auch schon! Das kann ich jetzt nicht verhindern! Gushy, drück auf den Kuh und guck was du machen musst! Eee, Gott! Kuh, sollen wir das Radar haben? Ja! Vielleicht zeigt der Radar irgendwie, was du da sehen soll! Ich habe nur das Problem, dass wir in der Wanne sind. Ich glaube, das Vieh kannst du nicht tun. Verrücker. Die helfen dir nicht. Ich weiß, sie seien tot. Jetzt sind wir 10 Uhr Shooter. Die Flanee ist in der Hand. Die Flanee sind in der Flanee. Die Flanee sind in der Flanee. Die Flanee sind in der Flanee. Der Flanee ist in der Flanee. Das Flanee ging voll in die Husten. Wir müssen zum Landeplatz, jetzt ranne ich immer durch, jetzt könnt ihr mich mal am Arsch lecken. Gummi 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 Gummi. Rennschlampe Renn. Also wir müssen da. Also die Tür. Der Teil sagt, wir müssen dahinter, wahrscheinlich müssen wir auf die Docken klettern. Ja, aber konzentriert euch eher auf die Kleinen, weicht den Großen aus. Wir weichen den Großen aus. Aber konzentriert euch auf die Kleinen. Nein, irgendwann gibt es keine Kleinen mehr, komm, du kannst natürlich zuerst auf die Kleinen. Orko, bist du nicht? Ich habe den Großen erst mal angezündet. Perfekt. Geht doch. Alle seine Frage der Organisierung. Genau. Meine Güte. Open the door now. Seesam, öffne dich. Mach hin, Fokus. Nein, hier will ich auch nicht sein, alles zu kaputt. Also jetzt hätten die mal ruhig in das Spiel ein paar Rüstungen und sowas einprogrammieren können. Wir sind Hunde machen. Hey, Top Tags.